Liebe Mitglieder, wir haben euch ja in den letzten Tagen schon einige Berichte und Videos gezeigt und Bilder von Tieren, die versteinert wurden. Die Menschen waren auch schon dabei. Jetzt habe ich leider eine, wie soll ich sagen, schon eine traurige Entdeckung gemacht. Hier liegt ein Mann mitten quasi im Wald, möchte ich sagen. Und ja, der Oberkörper ist weg. Irgendwie scheint er zu einer Kartonfigur umfunktioniert worden sein. Das sieht auch nicht so aus, als wären da noch Lebenszeichen. Ich versuche mal, ihn anzusprechen. Ja, Brunnentester ist auch schon dabei und untersucht das ganze Geschehen hier. Ich spreche mal den Mann an. Hallo? Oh, hallo? Hallo, Kartonmann? Oh, er bewegt sich. Hallo? Können Sie mir etwas zu Ihrer Verwandlung sagen? Hallo? Hallo? Also, irgendwie hat dieser Kartonmann was Zombie-artiges, wie er sich hier durch diese grünen, durch diese zugegebenermaßen vertrocknete Grünanlage bewegt. Hallo? 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 Können Sie mir mal sagen, was mit Ihnen passiert ist, junger Mann oder alter Mann? Man weiß es nicht. Hallo? Mal sehen, was Brunnentester dazu sagt. Brunnentester? Brunnentester ist recht unbeeindruckt. Mal sehen, was diese, ich sag mal, Kartonfigur jetzt so macht. Hallo? 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 Ah, Hilfe! Hilfe, er greift mich an! Hilfe! 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 Hilfe!